Willkommen bei Profi-Schnapp.de. Sind Sie unkonventionell? Suchen Sie immer das Besondere? Wollen Sie nicht das, was alle haben? Dann habe ich jetzt was für Sie, und zwar die Garnitur Lazy von Coinoa aus Oberfranken. Das Original-Hausmessestück. So wurde die Garnitur vorgestellt, in weißem Leder, leicht abgetönt, mit drei passenden, melierten Stoffkissen. Das Besondere ist, sehr bequem ist die Garnitur. So wie wir sie jetzt gestellt haben, top. Und sie sieht natürlich schon ungewöhnlich aus. Aber es geht noch weiter. Sie können die Ohren, so sagen wir, verstellen, wie Sie wollen. Jetzt haben Sie auch den normalen Sitz. Und, das mache ich hier auch. So. Also jeden Tag kann das Sofa anders aussehen. Sehr bequem. Und auch hier natürlich, ups, hier ist das Ohr gekippt. Zack. So kann ich es stellen, dann ist es, dann ist es nicht schwäbisch, sondern hochdeutsch, dann ist es sehr bequem. Ich kann es aber auch so stellen, so, dass es gerade und akkurat ist. Und ich kann jedes Ohr aus dem Rohr nehmen, wenn ich es kann. Bisschen rückeln und wegnehmen. Und so bleibt auch mal Platz für die Freunde zum Übernacht. Aber eigentlich soll man jetzt nicht das Ohr wegnehmen, sondern man soll spielen, man soll kreativ sein, man soll sich wohlfühlen. Und jeder kann sich die Sache richten, wie er will. Richtig toll, Lazy Coiner, zweiteilige Ecke. Jetzt zum absoluten Schnäppchenpreis bei ProfiSchnupp.de. Schnappen Sie zu. Und tschüss.